DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Ich möchte einen Termin, bitte. Ich habe Fieber. Mir ist schwindelig. Ich habe Schmerzen. Wo haben Sie Schmerzen? Wo haben Sie Schmerzen? Ich habe Durchfall. Ich habe Verstopfung. Ich habe eine Allergie. Ich habe Diabetes. Das tut weh. Das tut weh. Die Blasenentzündung. Der Hals ist entzündet. Die Impfung. Das Rezept. Die Apotheke. Gute Besserung. Die W. Die W.